. . . . . . . Na, Hubertchen? Müssen Vater und Mutter wieder lernen? Sag mal, Hubertchen, du glaubst noch an einen Klapperstorch und so? Lass ihn doch. Also? Warum schließen dich Mami und Papi immer aus? Na? Er schließt zu, weil er die Woche über immer spät nach Hause kommt und müde ist, der Gute. Ja doch auch. Und keine Zeit hat, sich um deine Mama zu kümmern. Und da weiß er auch nicht, dass sie fremd geht die Woche über. Aber sonntags, da ist sie bei ihm dran. Da will er es in Ruhe mit ihr treiben. Schweig! Schafft mir die Ratte vom Hals! Böde Ratte! . Fynn- . Amann, Umbau, . . .